Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr aushebeln Absolut, Wolf Das war gedankenschnell Da konnten sie ihm nicht mehr folgen Da kommt der Pass Gefährliche Szene Tor für den MVB Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores Zunächst spielen sie zurück Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance Das machen sie klasse Nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation Erling Haaland Tolles Zuspiel Der Ball ist drin, Tor für Dortmund Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor gar ruhig Eine super Szene Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen Leon Bailey So, klasse Gute Idee dieser Ball Mit diesem Treffer verkürzen sie den Abstand Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an Erst kommt der gute Pass Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung Ja, in der Tat Viel zu schnell Und im Abschluss auch noch effizient Sie verwandelt den Strafstoß Sie verwandelt den Strafstoß An den Pfosten Und dann haben alle schon gedacht Boah, das war's Und doch noch rein Durchatmen Demarei Gray Und da fällt der Ausgleich So, hier die Wiederholung Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag Halbherzig Und das wird bestraft Und der Ball ist im Tor Hier nochmal dieser Treffer Off Der Ball Der Ball Untertitelung des ZDF, 2020